Lucky Rush heute mit dem Benny und heute ein richtiges Quickie, ja man kann die Wolle hier sehen, es sollte alles richtig schnell gehen, weil diese Folge heute noch online gehen muss. Das Ding ist nämlich, ich wollte gestern Abend aufnehmen, aber ich habe gar keinen zum Aufnehmen gefunden und ich möchte extra für euch heute eine Runde Lucky Rush auf jeden Fall haben. Wir haben schon in Start Equip auch hier diese ganzen Blöcke, wir haben 20 Stone, um uns direkt vorzubauen, in der Mitte ist nichts besonderes, es soll einfach richtig, richtig schnell gehen, richtiges Quickie Leute. Ja gut, es ist irgendwas explodiert, Slash Mag 2. Ja Leute, es tut mir einfach mega leid, dass das jetzt keine richtige Folge wird, sage ich mal, aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, welche Blöcke wir morgen nehmen sollen. Dann kann man morgen vielleicht sagen, dass wir für morgen eine Special-Folge haben, also schreibt mal irgendwelche Special-Ideen rein in die Kommentare, richtig wichtig. Einfach Special-Ideen, das muss sein und was soll denn das jetzt hier, diese Dingsensbumsens da, oh man, so, da muss ich rein, so, was bekomme ich denn? Oh, keine Pizza, schade Schokolade, kommt vor, so, oh, WTF, so, Fantasia Lucky Block, Nemo, was weiß ich, Stone, oh, damit, ich hab, ich hab so gut wie gewonnen. Benni, ich mach das, warum bin ich tot? Dann im Chat. Achso, Benni, ich mach das Ganze jetzt zu Ende, es wird ein richtiges Quickie, ich hab doch gesagt Leute, es wird ein Quickie, ähm, bring das Ganze jetzt vollkommen hier zu Ende. Der Benni wird null Chance haben, wenn ich das richtig mache, ich hoffe, ich mach's richtig, nicht falsch, sondern einfach richtig, ich hab nämlich alles, was ich brauche, so, ähm, um seine Wolle zu zerstören, ich hab alles, um, ähm, ihn zu zerstören und, äh, das muss jetzt einfach richtig schnell gehen. Wenn ich faile, dürft ihr, ähm, Loser in den Chat schreiben, ansonsten dürft ihr gar nichts in den Chat schreiben. Ich werde später übrigens noch Graphitex streamen, die Hochzeit, Leute, wäre cool, wenn da der ein oder andere vorbeischaut und, äh, ja. So, wie sieht's denn hier aus, der Benni, der macht da viel Unsinn, wie ich das sehe, so, let's go. Ich werde gar nicht alle Blöcke öffnen. Oh, Benni was blown up by a chicken, okay, er wurde gecheckt, Alter, so, sehr geil, so, okay Leute, wir bringen das ganz schnell zu Ende, so. So, er hat die Wolle so platziert wie ich, das ist sehr schön, so, das, äh, beruhigt mich, muss ich sagen, zack. Benni, du wirst, äh, übrigens jetzt nicht dich wehren, du musst, äh, du musst dein Schicksal einfach so hinnehmen. So, ähm, zack, zack, und. Hä? So, die Wolle ist weg, und der Benni ist tot. Nein, ist er nicht. Nicht? Nein. Sicher nicht, lol. Ich bin auch tot. Schade. So, das war das Quickie, Leute, es tut mir wirklich leid, aber das Video soll heute noch online kommen. Ähm, wie gesagt, Leute, schreibt Special Ideen, wirklich, einfach nur Special Ideen in die Kommentare. Ich würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss. 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 Ich marine Haha. Sch coated. Sch ger. Schikat. Tschüss. Schau. Sus.